Hallo, wir sind jetzt hier bei PS3 wieder, Part 3. Ja, dieses Mal spielen wir mit Hupenlupen mit. Der hat ja der PS3 geholt. Ja, jetzt könnten wir eigentlich mit Hupenlupen mitspielen. Also, los. Du schaust mir gar nicht so fast. Warum? Das ist die Revolale, meinst du, hier ist eine andere. Ja, jetzt... Guck mal, mein Volker! Hallo, ähm, Maurice, also Hupenlupen, hast du bitte, ähm, das Lichter hinten ganz ausmachen? Was war? Meistens, warum erst gleich? Ja, ich weiß. Wurde von Creeper in die Luft exzalliert. Hupenlupenlupen ist sofort gestorben, sofort. Ja, mit dem Creeper. Ganz auch so, bitte. Dankeschön. Ja. Jetzt tut mir... Ich muss das... Ich muss... Es ist mir einfach zu dunkel. Sorry, Ende jetzt im Video. Es ist mir einfach zu dunkel. Ich muss schneller machen. so sieht ihr nichts jetzt sehen wir nicht okay ich lasse jetzt auf 42 da könnt ihr nicht so viel sehen aber warum wir verlassen moris ich wollte es doch braten mike das habe ich zuerst gesucht okay das ist doch scheiße einfach mal ja dieser wo auch das so hell ja ja guck mal ja 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 so dass es jetzt so still war aber ja die anderen haben ja geredet wie gut gut nein die diesen platz wird hier bitte kein wodka genannt aber jetzt reicht es dann okay okay oh man ich muss einen cut machen ich muss einen cut machen ich muss einen cut machen das ist das wird der kamera du bleib ich weiß der war ohne wer da ich bin du bleib ich bin eine hexe hast du gefunden er gesagt gesehen ich bin 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 wenn die Gruppe beitreten würde also nein er tut mir leid dass hier ist ein anderer Kollege der ist einfach so beigetreten ja Ruhm Publum kommt bei den Nein mein Wodka der Witte der Welt ist in der Grund die Worte zombie ja sony keine ahnung ich krieg den weil der einfach nicht in unsere lobby drin sein soll ist jetzt haben wir ja mal ich fühle mich hier so böse ich weiß ja viele freundin ist schon jetzt viel ausgeschlossen oder schon jetzt wieder beigetreten wieder wir sind alle einfach mal diese play in diese blöckchen hier ja hier komm er muss ja wohl mehr als zehn sekunden überleben können weil du einfach was ausmachst Prozent er kommt im Leben überleben die die umgestellt die Lütsch die ich so was nicht wir macht doch es sind ja immer noch nicht mehr als er meint immer noch nicht gebrochen ich muss kurz ich bin auch noch mal was einstellen muss er wird aber selbst aufgeliefert ja warte ich muss das einstellen mit der Europäischen Euro der Mann muss 60 Auffälligkeit machen 8 Minuten haaau schattet er liegen ja du hast den Partner auch voll abgeworfen ja muss ich ja. Was mache ich hier? Ich wollte doch so ein bisschen machen. Du weißt, alle Monster. Alter, das ist jetzt so ein normaler Held. Mieke? Ja? Geh mir mal bitte drei Eisen machen. Oh, hast du keinen Eisen? Aber ich schaffe Eisen. Ich darf essen. Ich geh jetzt auch von dir. Hi, Hoge-Hopi. Ja? Ja, Hupen-Hupen muss ich ja so nennen. Memories. Ja. Halt doch. Mike. Ich nenne jetzt einfach den Hupen-Lupen Maurice, weil so heißt sein echte Leben einfach. Mike. Ja, was heißt das? Reisen. Ja, das ist doch da drinne. So. Hey. Jetzt geht's los. Ja. Ja. Warum? Ja. Was hat auch umgestellt jetzt? Ich hab mir überhaupt gerade nicht klar. Äh, was mach ich jetzt mit hier? Ich brauch' einen Eimer. Warum brauch' so Eimer? Was, Junge? Nein. Ne Pflanzen. So, ich brauch' einen Eimer. So, dann haben wir immer Nahrung. In allem kann er keine Pflanzen. um ja ich glaube es steht ganz vor ja dann was zu holen und sich irgendwo hinzuschleppen wo ich dann anzeigen kann so krass so wie Koks oder so Klob ach ja das ist ja so was wir machen das ja für Kinder und so alles hey ich hau da da so sie dir raus alter ein großer zu Wort guckt hey nein also wir haben auch wieder ausgeschnitten sehr gut sehr gut meine erste Abomente war 1,20 was war das meine erste Abomente war 1,20 mein erster Aboment war Jahre alt ja echt ja woher weißt du das weil sie meine Freunde sind das meine ich gern das meine ich gern im Reis kannst du mich abonnieren ich meine meine Aboment ich bin befreundet ich bin so schön daran ja und auch dein Handy das meine erste Freundin so kann ich ja weiter machen also mit ich hab niemals gesagt meine erste Aboment ist meine feste Freundin das würde ich schlagen nein 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 bei 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 mir sieht es perfekt aus und bei dir in dieser Helligkeit sie ist bei mir perfekt aus ich mach kurz ein kleines cut ich tue jetzt gleich wieder okay ich bin wieder da ja ich hab kurz geguckt wie das bei ihnen da was hast du da gefunden hocken eine freundin wo er seine freundin gefunden der freundin die leute die leute werke dann wenn ich dann meine Höhle bis später ich bin in der Hülle von Praxen so wie ich ihn erst mal machen kann ich mach bei 15 wie gesagt noch fünf Minuten ja auf jeden Fall mein jetzt wird ein bisschen so langweilig weil wir jetzt so nicht reden weil wir uns überlegen was wir jetzt eigentlich machen müssen jetzt als nächstes das ist ein falscher Ausdruck bei das Hufen braucht Essen das ist Essen wie die Leute auf Essen genau da sollen die Leute Essen die auf Essen kommen ja 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 ich glaube das wäre wie das Uwe war, dass wir damit angefangen haben ey lol er steht einfach mal weiter Fick dich hey 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 nicht so welche blut 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 r gerade __ lerne ja mehr und mit einer erprobt wird nein und nun landen auch untergefallen da bin ich mitgenommen die wir heute zu sein ich habe die mit mir aufgeladen wer hat gesagt die Welt da geht so und auf jeden Fall Fall ja da der Gäste ja und also ob du mir was zu sagen hast oder jahre jahre ich du hast mir nichts zu sagen ich gehöre da haben vor der Welt mit Martin Durst gewusst was ich nur verstanden den ich habe ich bin ich idiot bobo du kannst das noch nie als Asregen, Alter, das zu sagen Junge Alter, sein Lach Robert Gatt sagen ist das hängen geblieben wenn dann wäre dieser ganze Vater jetzt hier in einmal in meinem Land hat der E-Mail einmal gefüllt habe einmal ein ach und was für Kinder wollte ich sein ach Gott das kann ich erst so leise geredet hör mal trotzdem nein nein weiter WTF ich bin eigentlich nicht schön dass meine Aufnahme ganz hermit läuft weil nein nein